Grüßt euch, bei mir sitzt der Johannes. Grüß dich, Johannes. Grüß Gott. Du, erzählst mir doch ein bisschen was von dir, wo du her bist und wie alt du bist. Ich bin 38 Jahre alt, der ist Höring. Und was machst du so in deiner Freizeit? Hobby ist eine freiwillige Feuerwehr, der ist Höring besser. Freiwillige Feuerwehr? Ja. Okay. Und hobbymäßig sind die Arten auch noch. Okay, was gefällt dir bei der Feuerwehr also? Ja, alles. Kameratschaft? Ja, auch so. Okay. Wie würdest du dich charakterlich beschreiben? Ja, ehrlich. Ehrlich? Und Schwächen vielleicht? Hast du irgendeine Schwäche oder zumindest einen kleinen Makel oder sowas, das müsste meine Traumfrau aushalten können? Ich habe schon Schwierigkeiten zu drehen. Noch einmal? Ein bisschen Schwierigkeiten zu drehen. Willst du reden? Ja. Bist du schüchterner? Ja. Okay. Wie stellst du denn deine Traumfrau vor? Das ist wichtig. Treu und das ist wichtig. Okay. Und vom Ausschauen her hast du kein Vorlieben? Ein bisschen gut aussieht. Aber ein bisschen was für uns auch. Okay. Super, Johannes. Das war es schon wieder. Das war jetzt der Johannes. Bitte meldet euch bei ihm. Führt euch. Ich glaube, du bist du lieblich. Du bist du lieblich. Das war's für uns auch. Jay, das war's für uns auch.